Sukha Raja Kapottasana, die angenehme Königstaube. In der Nomenklatur von Dharma Mitra ist Sukha Raja Kapottasana die Bezeichnung für die Königskobra. Vivian, Yoga-Lehrerin bei Yoga Vidya Bad Meinberg, zeigt, wie es geht. Von der Bauchlage ausgehend kommst du erst zur Kopra, Bhujangasana und von hier streckst du die Arme aus, du beugst die Knie und gibst die Füße auf den Kopf. Das ist dann Sukha Raja Kapottasana, bei Yoga Vidya nennen wir das eher Raja Bhujangasana oder auch Purna Bhujangasana oder Thvipada Shirsha Bhujangasana, die Kopra mit beiden Füßen auf den Kopf. Es gibt auch eine andere Übung, die man als Sukha Raja Kapottasana bezeichnen kann. Kapottasana ist ja die Taube. Man kommt zur Grundstellung der Taube, wie wir sie bei Yoga Vidya nennen, also ein Fuß neben der Hüfte oder vor der Hüfte, das andere Bein ausgestreckt. Und wenn du dann eine Hand auf den Knie und die andere Hand an dem Fuß hast und den Fuß zu dir hinziehst, ist das eine Variation von Sukha Raja Kapottasana. Auch wenn du das hintere Bein auf dem Boden behältst und beide Hände zum Beispiel auf dem Boden hast und dann den Brustkorb nach hinten, nach vorne wölbst und die Schulter nach hinten schiebst, ist das auch Sukha Raja Kapottasana. Letztlich alle einfachen Variationen der Königstaube könnte man nennen als Sukha Raja Kapottasana. Allerdings Kapottasana ist die Taube, Raja Kapottasana ist die Königstaube und bei manchen Meistern ist die volle Kobra mit Füßen auf dem Kopf Raja Kapottasana. Und wenn man nur die Fußsohlen auf dem Kopf hat und nicht die Fersen und nicht die Füße neben den Ohren, gilt das dann als einfach. Mehr Infos zu diesem und allen Asanas und allen Variationen von Bhujangasana Kobra und Kapottasana Taube